So machst du aus deinem Pages-Dokument ein PDF. Du hast hier also ein Pages-Dokument und möchtest das als PDF haben, dann kannst du Ablage machen, Exportieren, PDF und das Ganze als PDF sichern. Wir machen es mal hier in den Download-Ordner. Die andere Möglichkeit ist, du kannst Ablage Drucken wählen und statt oben deinen Drucker auszuwählen, hier unten auf PDF als PDF sichern machen. Und dann tun wir das auch mal noch in den Download-Ordner speichern. Gehen wir mal hier rein und sehen, beides ist ein wunderschönes PDF. So kannst du also unter Apple, unter Pages der Standard-Text-Verarbeitung, eine PDF-Datei erzeugen. Das geht auch bei den meisten anderen Mac-Anwendungen. Ich freue mich über Likes und Kommentare. Vergebt das Abo nicht und schau dir auch das Video an, was schon angezeigt wird. Ich freue mich über Likes.